Willkommen zurück zu The Division und zu einem weiteren Samstag Shopping Guide. Und ihr seht, ich stehe hier vor einer Schleuse und ich werde euch auch gleich zeigen, welche Schleuse das ist. Und zwar sind wir hier bei West 46. Straße und dann würde ich sagen, schauen wir mal bei dem Händler ins Sortiment. Und da haben wir den guten Mann und schauen wir mal, was denn der jetzt wirklich hier zu bieten hat. Und zwar gibt es hier eine Waffen-Mod mit 262 Schusswaffen und 3025 Fertigkeitenstärke. Wer sowas gebrauchen kann, der sollte hier bei West 46. Straße mal vorbeischauen. Und jetzt befinden wir uns in der Schleuse East 31. Straße und wo ist das? Genau hier unten auf der rechten Seite, da findet ihr die Schleuse. Und bei der Händlerin gibt es eine weitere Mod, allerdings diesmal eine Ausdauer-Mod mit 255 Ausdauer und 1% kritischer Trefferchance. Und schon sind wir in der nächsten Schleuse und hier bei dem Händler und zwar in der East 42. Straße, hier oben ziemlich mittig von der Dark Zone. Da bekommen wir eine Leistungs-Mod und diese Leistungs-Mod bietet uns 5% Hilfsposten-Heilgeschwindigkeit, ist also auf jeden Fall was für Heiler. Und jetzt befinden wir uns in einer Schleuse, die ist ziemlich weit oben und zwar East 61. Straße, also hier, da seht ihr sie bei der Dark Zone 9. Und wenn wir mal bei dem Händler reinschauen, dann sehen wir hier einen Kurzgriff. Der hat 18% kritische Trefferchance, Stabilität und Nachladetempo. Wenn ihr so einen Griff brauchen könnt, dann findet ihr das hier in East 61. Und damit sind wir auch schon am Ende des Shopping Guides angekommen. Es gab nicht besonders viel, was ich euch empfehlen konnte, aber lieber halte ich das Ganze kurz und knackig, als euch irgendeinen Mist zu empfehlen. Und wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über ein Like freuen. Wenn ihr Fragen habt, haut es rein in die Kommentare. Und in den Kommentaren gibt es Links zu MMO gar, könnt ihr mal vorbeischauen. Gibt es Gamecarts und Gamekeys. Und am Ende gibt es dann nochmal zwei weitere Videos, die euch noch ein bisschen besser über The Division informieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und bis dahin eine gute Zeit, euer Latan. Und bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.